ja eigentlich sollte ich die noch ganz schnellen fließbänder hin wappen fünf türme schießen nur ja das ist mau da geht gar nicht mehr ab 15 türme schießen da müssten aber eigentlich überall topas dinger mit bei seiner ja so ein kleiner pups kram hier ist okay trotzdem setzt sich die vier türme jetzt doch mal hier im westen obwohl sie eigentlich nach osten und süden setzen wollte einfach nur damit es hier schon mal wirklich sicher ist an jedem ding ins punkt 1 mindestens ran diesen anfang dann schnappe ich mir gleich neue topas dinge und schraubt schnell zusammen strom strom stahl stahl topas kommt schon kommt schon ja ja nicht so wirklich viel aber hey drei stück für das super ding bräuchten wir polish topase und 20 von den lila chips die lila chips hatten wir vor kurzem ja schon mal in unserem inventar selber hergestellt es mangelt an blauen chips die hole ich mir gleich apropos plastik rubber und so weiter mir wurde gesagt ich soll doch mal wieder in den tree farm mod reingucken den habe ich installiert und auch am anfang der staffel ein bisschen genutzt aber danach komplett ignoriert der hat ja auch noch forschungssachen und vielleicht könnten wir so die plastik produktion ein wenig entlasten könnt ihr mal aufhören mich mit allem zu füttern ja eigentlich nicht dann meckere ich dass er mich nicht füttert ich fühle mich immer so benötigt stehen zu bleiben weil die armen roboter sich hinterher kommen plastik nein blaue chips wollte ich abholen zack ihr könnt jetzt weiter arbeiten euch kann ich eigentlich ignorieren die werden oben neu aufgebaut die türme sind da so jetzt aber ein bisschen was hier in aus dem hauen da mein hin da ist schon einer dann hin das war schon also ja es könnte noch ein bisschen dauern bis das alles so durchgehend läuft mit den topastürmen aber es ist ein sehr guter anfang wie viele haben wir zwischendrin 59 stück ja immer schön damit dann hätte ich noch ganz gerne meinen sand losgeworden den da und den da dann die ärzte die ich eingesackt hatte das wäre hier so stein behalte ich stein ist toll und robo ports habe ich auf tasche die waren für die verbindung nach da oben ich denke schon hier irgendwo dass die nicht gesetzt werden irritiert jetzt mal ein bisschen weil eigentlich haben wir dafür fabriken also wohl für die mk1 als auch für die mk2 aber die kommen wahrscheinlich nicht schnell noch hinterher kisten sind schon alle da die boiler fehlen warum kriegt ihr kein ach ihr kriegt kein zeug ab weil keine robo abdeckung ja problem aber nicht wirklich ich mache einfach jetzt hier noch ein robo porten das macht er wieder so lustige sternmuster aber das ist nicht schlimm weil dann haben wir hier zwei europa zum aufladen ähnlich wie da hinten wo das sternmuster ja auch so komisch ist dann haben wir einen stern und schräg drüber noch mal so ein stern ist alles gut also robo abdeckung wäre jetzt da mehr aufladefläche ist auch da ziehen wir weiter hier ist alles gut noch einen vorschlag der reinkam war ich könnte doch ich weiß nicht ob ich das letzte folge schon erwähnt hat aber ich muss jetzt einfach noch mal ich könnte doch einfach ein vierer block nehmen hiervon und so ein blueprint machen das erleichtert mir ein wenig die positionierung weil vorher musste ich immer gucken sind die kabel richtig und so weiter hier kann ich einfach so machen blog und dann setzt er den automatisch richtig hin das spart dann doch ziemlich viel zeit also einfach mal plopp 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 und alles ist richtig es muss halt nur mal robo abdeckung da sein aber das ist ja eine frage der zeit bis überall robo abdeckung ist das passt schon zipp 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 so kann ich aber prüfen ob das mal richtig liegt tut es was bäume ja der ewige tod feind wir werden diesen planeten baumlos hinterlassen baumlos und alienlos und ressourcenlos dann bauen wir uns ein riesiges raumschiff und karren alle güter zur nächsten raumstation verkaufen sie das ist der plan das ist der falsche blueprint du das mit der raumstation und so ist glaube ich wirklich geplant dass man raumschiff bauen kann hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt da bin ich echt gespannt wie sie das umsetzen wollen so abdeckung abdeckung ist schon mal ein anfang das wasser hier kommt auch noch weg ich hätte hier gerne richtig schönes viereck die ganzen bäume müssten auch noch weg aber da war nicht genug abdeckung das heißt ich mach mal hier oben dahin 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 und dann nicht hier in robo port so und in den fünf minuten die ich jetzt hier oben gejagt hat eine dinge anzusetzen ist noch bestimmt ein paar neue topa fertig geworden ganz bestimmt und bau bitte davon mehr erst mal so ein paar und dann gucken wir nachher wieviel noch fehlen um auf 20 zu kommen go go 30 ok 17 dann bauen nach den komischen dingen noch mal vier türme schöne sache schöne sache die polischt games sollte ich eigentlich auch schon mal vorbereiten das heißt eine fabrik hierher die macht dann bitte aus 15 raw topasen ein polischt und wir brauchten vier polis für einen turm irgendwie so also 60 raw okay mach bitte nur eine supplier kiste keine was doch das war so rum richtig genau und hier schmeißen von hand die 60 stück später rein wenn wir so weit sind und wir brauchen mehr von den hellblauen ärmchen äh blauen ärmchen da gib mir hier das deck so rein raus du bekommst noch die ganz tollen speed module du bekommst stein doch stein kannst du anfordern genau dann kriegst du eine blaue kiste aber du forderst bitte nur an stein 200 ist okay alles raus alles her tungsten mauren hätte ich auch gerne jo sagt die smog karte die smog ich glaube man kann die anzahl an basen die schnüffeln schon gar nicht mehr an zwei händen abziehen zwei vier sechs acht zehn zwölf dreizehn ungefähr ich freue mich auf die königin angriffe spare ich mir das töten ganz schön viel tungsten ok mehr tungsten mauren so und danach habe ich mich genug abgelenkt danach müssen wir echt hier weiter bauen das war ja eigentlich der plan für diese folge gewesen ich wollte nur so ein paar türme hinstellen und dann ne am ball bleiben also unten hat noch gar nichts hier ist auch überall nichts zu viel zu tun kommt hier auch noch mal irgendwo eine ne 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 ach da oben wäre der nächste gewesen Ja, okay. Also, jetzt Flüssigkeiten weitermachen. Und das musst du hier bitte einmal neu setzen, damit die Roboter arbeiten können. Klick, klick, okay. Flüssigkeiten, wo hatten wir aufgehört? Wir hatten aufgehört bei Brennstoffblöcken aus Leichtöl. Schweröl haben wir noch nicht eingelagert und noch nicht weiterverarbeitet. Das heißt, Schweröl müsste hier irgendwo umgewandelt werden zu Lübeckend. Können wir eigentlich direkt davor machen, oder? Wie sieht das aus, wenn ich das so mache? Würde gehen, ja. Mach mal hier ein Rohr runter. Da. Da. So. Blub, 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 blub. Und Lübeckend. Äh, stopp. Wo wir gerade dabei sind, hier gute Dinger zu benutzen. Mach von vornherein so einen da hin. Und eigentlich sollten wir immer, wenn es um Flüssigkeiten geht, einen Platz freilassen für Pumpen. Aber irgendwie habe ich so den wirklichen Drang nach Pumpen in dieser Ditek-Version noch nicht gespürt. Also, dass irgendwo Mangelerscheinungen waren. Also, sollte es okay sein. Sonst können wir später mal noch umbauen. So, das heißt, wir haben jetzt hier Lubrikend, hier Schweröl. Brauchten wir Schweröl direkt noch für irgendetwas? Nö, ne? Wir können, wenn es zu viel Schweröl wird, das Schweröl umwandeln zu Leichtöl, um dann noch mehr Fuel Blocks herzustellen. Denn wäre das... Ja, wir haben leider kein Smart-Insurter-Röhrchen oder so. Das sagt, wenn dieser Tank auf 90% Kapazität ist, dann fülle bitte das in das Rohr hier. Und alles, was in dem Rohr ist, wird dann in eine Fabrik gebracht und da gesplittet zu Leichtöl. Das wäre schön, aber das gibt es, glaube ich, nicht. Und ich mache... Du bist kein richtiger Stein, du bist komisch. Ha. Ja, ist nicht da. Weil das Schweröl sammelt sich jetzt. Und es wird sich noch mehr sammeln, sobald Lubrikend einmal voll ist. Und da würde es, dass da unten alle stauen, das wäre nicht so toll. Was jetzt gerade staut, ist Petroleumgas. Ja, das können wir ganz schnell loswerden. Also erstmal hätte ich ganz gerne... Schwerölzauber. Dazu bräuchte ich noch einen tollen Tank. Wahrscheinlich sogar eher zwei. Dann hätte ich davor gerne nochmal so ein Ding. Und du machst jetzt bitte... Schwerfelsäure. Achso, du brauchst dazu nicht mal direkt Petroleumgas. Warum verwechsel ich das immer? Aber ich brauche Petroleumgas, um Schwefel herzustellen, oder? Schwefel? Ja. Okay. Das heißt, wir müssten hier unten die Schwefelproduktion machen. Mach die mal hier hin, dann können wir das Roder gleich weiterlegen. Dann wird hier Schwefel hergestellt. Der Schwefel wird in der nächsten Fabrik... Machen wir die mal ein Ärmchen dazwischen. Braucht bestimmt Wasser, ne? Also du stellst jetzt Schwefel her. Da kommt nur Wasser rein und das da. Es kommt keine Flüssigkeit hier raus. Das heißt, wenn wir hier sagen, du stellst bitte Schwefelsäure her und du hättest gerne Wasser... ...dann können wir das da reinquetschen, quasi. Okay. Wasserzugriff von hier haben wir von unten. Das heißt, ich schnapp mir... Ich brauche mehr Rohr. Was für ein seltener Zustand. So. Du machst Rohr da hin und wo genau raus. Der Höhe raus. Da hoch bis... Da, da runter bis... Was? So, ich habe keine mehr. Äh... Bis da rein. Und eigentlich müsste es nochmal da hinten hin. Okay. Dann geht da hin. Dahin. Oh, nicht drehen. Dreh dich, genau. Also Wasser kommt, Wasser kommt. Wasser geht hier hin, Wasser geht da hin. Warum kommt kein Wasser? Weil jetzt Wasser kommt. Okay, Wasser kommt, Wasser geht da lang. Wasser geht sowohl da rein, als auch da rein. Und dann hier rum, da rein. Genau. Und du kriegst keinen Schwefel, weil du noch kein Metroleumgas hast. Okay. Also schnappen wir uns Metroleumgas von hier. Tun wir es da hin. Und tatatata. So. Du brauchst jetzt auch durchgehend Eisenplatten. Und du pumpst das Zeug von hier nach da. Das heißt, ich schnappe mir hier eine Kiste. Eine richtige Kiste. Und du hättest gerne einfach nur Eisen. 200 Stück. Und tust das da rein. Ja, wozu brauchten wir noch Petroleumgas? Die Chips brauchten Schwefelsäure? Die Chips brauchten Schwefelsäure. Petroleumgas selber brauchten wir für Plastik. Plastik habe ich vergessen. Das heißt, wir bappen hier noch eine Plastikfabrik hin. Nein. Und dann bin ichまず ramach.